Sie haben sicher schon sehnsüchtig auf ihn gewartet. Hier ist er, unser Tirol-Heute-Straßenkehrer, der Herr Reindl. Das Kircherle ist auch fertig. Nettes worden. Hey, aufpassen, tretet's mal nicht auf meinen Weltrekord, Aue. Ich hilfe ja da im Verein Jugendland bei den Wutstockfestl. Die tollste und bärigste und gräschte Stadt der ganzen Weltbaumau. Unter langen Kampfen hab ich ausgesucht. Ja, da ist etwas los, da tut sich etwas. Das ist die Schul. Und da müssen jetzt die ganzen Bürgermeister nachsitzen, damit sie sich endlich mal mit ihren Agrargesetzen auskennen. Und da lass ich nachher den Agrarchef einfahren, der Kimper, mit den ganzen Darlehen für die Armen. Das ist der Agrarchef. Also nein, das ist ja der Steixner. Ja, das ist ja gleich. Und da streiten sie um die Darlehen, die Leute. Und da wird Kraft und geschlägt und gekämpft. Und drum haben sie ja müssen vom Land einen Sachwalter einsetzen, den hunnig her schon gemacht. Da kommt man daher. Das ist der Sachwalter. Ganz ein strenger. So geht's nicht, sagt er so nicht. Ich werd's da nicht lang kämpfen. Einfach bärig geworden. Ich freu mich schon. Und da, da, das wär mein persönlicher Weltrekord. Der längste Brenner-Basistunnel der ganzen Welt, ja. Und da, unser Herr Landeshauptmann, der schaut da zu und der freut sich schon auf den Spatenstich. Ja, wo sagt er, ja, Brenner-Basistunnel ist bald da, ja. Also daumelt richtig vor lauter Freude. Aber ich hund jetzt keine Freude, weil ich hund kein Material mehr. Dort sind die ganzen Hölzeln, was ich noch hund. Ich wollt ja bis Verona reinbauen, den Tunnel. Und die einen Fladen, was ganze Zeug, ja, die wollen auch einen Weltrekord machen. Den größten Wutsch-Deckelturm der Welt wollen sie machen. Fürs Dinnesbuch der Rekorde eine. 15 Meter. Und morgen müssen sie fertig sein. Da mögen sie jetzt dazuschauen. Ja, ist eh schon genug. Also, ich sag allerweil gern, man soll im Leben nicht so übertreiben. Allerweil ruhig und bescheiden bleiben. Aber ein paar Kilometer baue ich da schon noch drinnen. Und denen kommt es auf ein paar Hölzeln mehr. Da wird es auch nicht drauf hin. Das war nicht die. Das war die Frau Gramer von Tirol heute. Schau, da läuft sie. Schau. Sie?